... ... ... ... ... ... ... ... ... Einmal der breiten Palette, neuer zusätzliche Angebote. Bisher funktionierte Fernsehen so. Das Sendesignal steuert eine Direktender und Millionen von Empfängern arbeiten im gleichen Takt von Zeilen und Bildwechseln. Druckkanal kann so jeweils ein Fernsehprogramm übertragen werden. Beim digitalen Fernsehen werden die Signale dem Empfänger als standardisierte Datenpakete in sogenannten Containern verpackt. In jedem Container werden die Signale den Empfängern als standardisierte Datenpakete in sogenannten Containern verpackt. Vielen Dank. 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 ... 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